Mein Name ist Eva und ich komme aus Österreich. Ich wohne schon seit vielen Jahren in Belgien und komme seit zehn Jahren an die Kunstschule hier in Overeiser. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine große Leidenschaft von mir geworden. Ich war früher nicht in der Kunstwelt tätig. Ich bin Biologin, aber das hat mir wirklich eine neue Welt eröffnet. Und ich finde auch so die Gemeinschaft hier an der Schule mit den anderen, der Austausch, den wir hier haben, auch mit Menschen aus verschiedenen Ländern, für mich ist es auch eine Herausforderung. Und vor allem ist es immer spannend. Es ist spannend auch für mich selbst, was in mir steckt. Und ein anderer Aspekt hier ist, der Unterricht, etwas Neues zu lernen auch. Ja, ich habe in Österreich studiert und dann gearbeitet. Dann war ich zu Hause mit den Kindern und dann nochmal anfangen, eine Ausbildung zu machen. Das war schon auch eine Herausforderung, vor allem im Bereich Kunst. Damit hatte ich früher weniger zu tun, auch zu Hause nicht. Und das muss ich sagen, hat mein Leben schon sehr bereichert. Vielen Dank.